Ah, die kommen wohl gerade von einem Einsatz zurück. Tja, da könnte ich mir doch mal so einen Wagen von innen ansehen. Keiner da? Na denn? Ja, ich fühle mich schon wie ein richtiger Feuerwehrmann. Ach, hier hängt ja schon so eine Gasmaske. Ne, Moment, das ist gar keine Gasmaske. Da wird ja wohl Atemluft da aus der Flasche durch den Schlauch hier reingeblasen. Ja, falls der Feuerwehrmann mal durch dicken Qualm muss, nicht? Und das Ding kann er sich dann schon während der Fahrt anziehen. Sehr praktisch. Einsatz für den Löschzug Feuerwache Bärstadt. Feuerwohnung, Ende. Mir schwarnt was. Das ist ein echter Alarm. Naja, fahre ich eben mit. Inkognito. Ein bisschen, als sei es. Ein bisschen, als sei es. Das ist das, ein bisschen.